Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Wir sind hier stehen geblieben in der Kampagne Infilled und werden das auch gleich mal fortführen. Oh, Wortspiel. Ja, wir sind in der letzten Folge so durch die Wüste gestapft, so halb besoffen, halb benommen, halb drogenabhängig. Und ja, sind jetzt auf diesem Schiff gelandet und ja, hier spielt der kleine Käpt'n ein paar Spielchen mit uns, denen wir noch auf den Grund gehen müssen, denn ich bin mir nicht sicher, ob sie Sullivan wirklich gefangen haben. Ouch, und da geht's auch schon actionreich los. Kapitel 12, Entführt. Mö, hab ich noch so vor heute. Na, komm her. Hm, hm? Ich will hier raus. Hier, kriegst du eine Kopfnuss? Oh, schön befreit. Na, komm, ey. Ja, ihr könnt ja auch mal greifen wie so ein Mädchen. So, komm, clear. Du kriegst grad die Flasche ins Gesicht. So, ja, komm. Was Besseres habt ihr nicht zu bieten? Na, komm. Zack, du kriegst den Kopfnuss. Und du kriegst grad die Flasche über den Schädel. Na, komm. Jo, wo kommst du denn her? Du kriegst grad auch noch mal einen Ausbau. Boah, mit dem Hammer. Genau so läuft's. So, kommt her. Du Pussy. Zack. Du brauchst mich nicht greifen. Hier, kriegst grad noch mal eine Stelle. Du gleich mit. Ah, wie schlecht. So. Aber du wolltest mich von hinten drehen. Ah, dafür gibt's grad den hier. Zack. Zack, zack, zack. Und, na, verdammt, von hinten. Na, hier. Und, duck. Und jetzt nimm. Uh, das ist der Schraubenschlüssel. Oh, der war ja riesig. Und clear. Oh, jetzt dachte ich schon, wir hätten aufgeräumt, aber jetzt kommt gleich ein dickerer Brocken. Scheiße, wo kommst du denn hier? Boing. Ja, und noch mal zwischen die Beine. Palm, palm, palm. Jetzt penetrieren wir ihn erst mal. Zack. Oh, na, komm her. Und noch mal in die Klöden. So, links, rechts, links, rechts, links. Und, oh, Dreieck. Und noch mal Dreieck. So, und noch mal in die Klöden. Alle guten Dinge sind drei. Und das Knie noch mal schön ins Gesicht. Okay, mal schauen, wie wir hier rauskommen. Falls wir hier überhaupt rauskommen. Ich denke, ah, da ist eine Leiter. Okay. Oh, da liegt ein Schatz, glaube ich. Ja, ich habe da ein Schatz entdeckt. Tada. Ein Feuerzeug. Hm, praktisch, praktisch. So. Achso, na toll. Ah, okay. Na toll. Rum abgedroschen. Da klettern wir hier schön den Fracht einlang. Ah, so. Ah, okay. Hä? Okay, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Warte mal, Leute. Also, jetzt klettern wir wieder hoch. Ja, komm. So. Oh. Wow. Das war auch wieder mal sowas von klar. Drake, du hast einfach... Einfach nur Pech. Oh. Da hätte sich jeder aufgeschnitten. Aber Drake bleibt unverletzt. Okay. Okay. Ja. Das war's mit deinem Waffengürtel. Egal. Trotzdem anziehen. Könnte ja eines Tages mal das Leben retten. So. Wenn hier irgendwas... Okay, da ist irgendwie so ein Ticket oder sowas. Hm. Da ist nischt. Ist hier was? Nö, da will er auch nicht hin. Okay, dann müssen wir hier wohl hin. Wo? Ähm. Ah. Wir sind auf dem Schiffsfriedhof. Aha. 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 Da ist... Ja. Also, ich würde mal sagen, auf dem Schiffsfriedhof, mein Freund. So, das wird ein schöner Sprung. Oh. Wie fail war das denn? Okay. Ähm. Ja. Schon noch fünf Minuten so böse gefailt. Okay, dann holen wir halt nochmal Schwung und... Jetzt aber. Und nochmal. Hui. Weil's so schön war. Okay. Ja, es geht voran. Ah, und jetzt schön an die Ketten... An den Ankerketten. Zack. Yeah. You know what it is. Na komm, das geht auch schneller, oder Drake? Ja, eben. Wollte ich doch mal meinen. Okay, dann müssen wir halt eine Schwimmpartie hinlegen. Okay. Sieht aber cool aus. Okay, dann schwimmen wir mal hier durch. Hm. Hä? Oh, jetzt bleibt er auch noch da hängen. Super Spielmechanik. Oh, fuck. Ja, dann machen wir's halt so. Puh. Okay, bei Drake trocknen die Sachen ziemlich schnell. So. Ähm, ja. Wir haben keine Munition. Nichts nah da niente. Und die zielen da irgendwo hin. Oh, das gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir mal so gar nicht. So. Oh, 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 oh. Ja. Sehr witzig. Ah, jetzt. Oh, 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 oh. Ach, nö. Ja, nö. Hä, wie kann... Seit wann schwimmt denn eine Granate im Wasser? Das ist manchmal echt, ähm, ja. Okay, komm. Okay, das war nicht dumm. Boah, der... Was zum Teufel war das denn? Okay, ich seh schon, das wird ein sehr, sehr schlimmer Part für mich. Es wird ein sehr, sehr übler Part. Ich weiß nicht, ob ich mich an allen vorbeischleichen soll. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, shit. Ha, 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 ha. Ich glaub, vorbeischleichen wär jetzt nicht so praktisch. Na doch, den holen wir uns. Naja, den ersten. Scheiße, okay. Okay, um, heh. Okay, den hab ich auch. Hm. Aha. Ja, anders ging's leider nicht, Leute. Und ihr wollt ja auch ein bisschen Action sehen. Deswegen schnapp ich mir den mal. Boah, hier unten das. Aha, der MG-Schütze da oben hat uns vorn penetriert. Wie ein Schweizer Käse. Ja, 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 Freundchen. Nicht nur mir. Ja. 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 Oh, jetzt kannst du mich an deinem MG-Schütze, ne? Oh, fuck. Leute, hier. Ich hab Spielzeug für euch. Oh, na komm schon. Ich wollte doch nur in Deckung gehen. Oh, nein. Ach, bitte nicht wieder alles in vorn. Es ist doch zum Kotzen. Es ist zum Mäuse melken. Okay, sonny. Komm, bitte da, muss zu sein. I wonder, wann did they win. Ach, come on. Na, dann holen wir uns halt still und heimlich nochmal. Dann schwimmen wir. Ah, fuck doch die Henne. Ach, das ist doch zum Mäuse melken. Echt, Leute. Ach, komm ins Wasser. Platsch, platsch. So, nein. Jetzt geh mir hier ruhig. Na, los, los, Drake. So. Dann machen wir es nämlich so. Oh, mein Gott. So. So. Now I wonder, wann did they win. Oder warte mal Lassen wir mal die zwei da Und dann Hören wir uns den da hinten einfach nochmal Ja, so können wir es machen Und dann da hinten hoch Ja, so machen wir es Ins Wasser, ja So ist Feindrake Schön in Deckung So, wo ist denn der Fatzkitter hin? Und klapp, klapp Nein, 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 nein So, wir tauchen nochmal ab Jetzt gehen wir hier hoch So, nun darüber Ja, fuck, okay Nein, Leute Nein, nein Das kann doch nicht wahr sein Wisst ihr was, jetzt mache ich Action Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf dieses Gestellfe Ich bin eigentlich echt So ein Stealth-Fatzke eigentlich Also so Wenig Aufmerksamkeit wie möglich Aber Das nervt mich jetzt Ja, ja Boink Schweizer Käse Dichter umflüge ich auch gerade Ja Genau So Jetzt machen wir es halt auf diese Weise Ja, wie geht das denn? Aber es ist okay Es ist okay Ich verzeihe dir, Spiel Ja Egal Dicht lassen wir mal doch schön Munter und fröhlich weiterballern Denn wir schwimmen jetzt hier herum So Ja, 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 ja Ach du auch noch Ja Wo kommt ihr denn noch? Ah So Sommerplatt Ja Uff Okay Jetzt habe ich den kleinen Kug angezettelt Ach Ach Komm schon Ja, durch den kleinen Spalt hast du gerade gebratzt Weck mich doch Wo ist die Präzisierung, Bro? Oh Shit Okay habe ich nein komm schon, wie unfair ach Leute ach man, ne ja und jetzt auf einmal ist hier ey, ihr wollt mich nicht verarschen jetzt auf einmal ist hier ein Checkpoint, ist klar ach und wo denn bitte ach komm schon oh na komm ey und ich bin wieder tot oh Leute, Leute, Leute ich muss hier weg irgendwie hier komm ja genau du wo kommst du auf einmal her alter Schwede, ich habe keine Ahnung wo ich hier durch soll wie ich hier langsam oh ja genau ihr bratst gerade noch mit dem Rocket Launcher hier drauf oh fuck doch die Hände nein, 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 nein boah Leute kommt schon verarscht mich nicht what the fuck ich verschwinde hier erstmal ja, da hockt ja auch noch einer da habe ich echt was angezettelt das war keine gute Entscheidung das war keine gute Entscheidung ja uah 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 fuck doch uah Leute, ähm, was zum Teufel geht denn bei euch schief? Oh shit, ach der da oben. Ah, du da oben, du da oben. Mit deiner Frage noch? Nee, nee. Come on. Okay, ich hab' ich auch. Piefke. Okay, jetzt kümmern wir uns ja erst in die Türme hier. Drake, wir haben ziemlich viel Scheiße am Stecken. Ah. Ich will den Rocket Launcher krallen. Treffer. Da. So. So, Lülle. Da, 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 da. Uff. Jetzt dachte ich schon, wir sterben nur durch den billigen Sprung hier. Okay. So. Wo müssen wir denn hin? Ah, ich klapp mal auf den Master, hä? So, das wäre der jetzt nicht so schwer bewacht gewesen. Wow. What the fuck? Äh. Woher kamt ihr Ratten auf einmal? Und die haben mich gleich mit zwei Schüssen weggebratzt. Ey, das ist ja übelst assig. Erst sieht man kein Schwein und dann... Ah, ha. Ah, ha. Oh, fuck. Ich hab ein Problem. Wow, 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 wow. Ja, genau, Leute. Ey, diese Folge besteht gerade nur aus Sterben und es ist gerade so mühselig. Echt, oh meine Fresse. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, festgestellt. Wir gehen hier unten in Deckung, ja, und schnippen uns jetzt einfach jeden Einzelnen vor. Ja, jetzt sind zwei Sniper. Hallo? Na, toll. Geht doch. Ja, ähm, Bro, ich hatte dich doch gerade, oder nicht? Ja, genau, Drake. Du sollst hier an die Leiter springen. Ja, genau, Bro. Ich mach's gerade nicht, ich mach's gerade nicht, nicht das, was du tun sollst eigentlich. I wonder when the day went and the clouds could I'm grateful. Oh, so, das war's für dich jetzt. Weh, da kommen jetzt noch irgendwelche Leute. Ach, du Scheiße. Also, das ist echt jetzt schon mein Hasslevel Nummer eins. What the... What the... Ja. Hm, du hast gar nichts. Buh, halt dich fest. Uff. Boink. Ach, nochmal ne Fights. Noch mehr Fights. Ich hab ja nicht schon genug hinter mir. Und bin ja nicht schon oft genug gestorben. Oh, das kann ich doch meinen Leuten nicht antun, Jungs. Oh, geh mal ganz schnell weg hier. Oh, oh nein. Gut, rausgerettet. Einfach bewegen, immer schön bewegen. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Wow. Genau, so wie mit dir, Clark. Ach, du Schande. Okay. Hä? Okay. Na, schon. Ja. Okay. Sollte, Clark. Ja, sollte. Uff. Oh, 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 Leute. Das ist echt ein spannendes Ding gerade hier auf dem Schiff. Alter, Verwalter. Also für mich ist dieses Level schon mal gar nichts. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist so schlimm. Es ist mir viel zu viel geballert, gerade momentan. Ah, solche Szenen liebe ich viel mehr. Einfach schön klettern und in Ruhe mal die Landschaft genießen. Aber es ist ja ein Action-Adventure. Aber jetzt war es gerade echt zu krass. Vor allem, wie sie mich böse eingekreist haben. Ihr habt es ja gesehen, Leute. Also... Okay, nicht runter. Ja, nicht runter gucken. Oh, genau, Drake. Äh. Ja. Genau. Und das ist auch, ja, die perfekte Stelle, um erstmal Schluss zu machen für das Erste. Und wir machen dann einfach im nächsten Part weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Uncharted 3. Ich weiß, dieser Part war nicht gerade das Gelbe vom Ei dieses Mal. Aber, ja, da müssen wir auch mal durch. Und jeder hat mal seinen schlechten Tag. Also bis zum nächsten Mal. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Fällen. Wir sehen uns. Bis dann. Und, ja, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020